Hallo, hier ist wieder Darker Shoker mit dem nächsten Teil von Let's Rock Gear The War. Wie immer geht es gleich weiter mit der Action hier. Typ ist einfach zu cool. Ja, komm jetzt her, Kim, und mach mir bitte die Tür auf. Ich bin total freundlich von dir. Ja, ich war jetzt erst down. Der gute Cole. Boah. Wie gut die Grafik einem auf einmal vorkommt, wenn man mal wieder ein bisschen PS2 gespielt hat. Das ist echt krass. Vor allem die Auflösung, ey. Boah. Unterschiede. Die butterweiche Steuerung. Mensch, 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 Mensch. Der hat sich doch schon eine gute Hand in einer Generation. Ha. Der wollte wohl auch gar nicht verrecken. Hier, jetzt nochmal ein bisschen. Ah, fuck. Ah, beide lieben wir. Jawoll, das war klasse, Baby. Sag deinen Namen, Soldat. Private Augustus Cole, vom Alpha-Trupp, Sir. Cole? Wie der Cole-Train? Ja, so ist es cool. Wo sind die anderen aus deinem Trupp? Die sitzen drüben, in der Grabkammer. Wir sind der Delta-Trupp. Wir sollen das Schallgerät holen. Und euch hier rausbringen. Wurde auch Zeit. Wir haben auf den Hubschrauber gewartet, aber die Funkgeräte sind im Arsch, Sir. Haben wir gemerkt? Das sind die Seher. Sie stören unsere Übertragungen. Dann sollten wir uns zuerst um diese Seher kümmern, Sir. In Ordnung. Wir müssen Kontakt zur Zentrale aufnehmen. Sofort. Gut, dass Squad mit Trupp übersetzt wurde. Ich meine, das ist zwar richtig, aber... Genau die, Baby. Kennst du den? Er hat für die Kugas gespielt, als Defensive Lineman. Wir haben dir zugesehen. Das stimmt, alle wollen den Train sehen, Baby. Hey, Markus, weißt du es auch? Edition Players? Was ich noch weiß, du schuldest mir 20 Dollar. Ach ja? Erinner mich nach dem Krieg. Ich hätte das Code auch einfach Squad lassen können, finde ich. Oh mein Gott. Das ist ja so gruselig. Och, das ist wirklich scheiße, die Stelle. Nein. Ich mag die nicht. Schlag, willst du dich ein bisschen beeilen? Oh mein Gott. Kriecher. Nein. Nein. Hahaha. Oh, wie geil ist Tyler an unser Fett, der ist ja hart. No, nein, 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 nicht gut. Gar nicht gut. Oh, oh, oh. Nein. Ich habe mich ernsthaft von Kriechern töten lassen. Oh, wie bitter. Ah, gleich nochmal. Da kann ich das Mikro nicht immer umstehen, ich glaube, das hört man. Sorry. In diesem Fall hat der Scheiß. Dom nicht direkt down gehen. Ich sollte ein bisschen mehr aufpassen. Ich bin doch schon mit dem Lancer arbeiten, ne? Pistol reich. Komm her und öffne diese Tür. Kommt der Typ oder kommt der? Nein. Da drüben kommt der. Da kommen wir doch noch hier rum, hinten rum, meine ich. Das ist ja scheiße. Darum haben wir die Jemos überrascht. Fahr'n. Komm her. Ich muss sagen, gerade finde ich Framerate aber ein bisschen niedrig. Da kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass das so ist. Und dann verladen wir uns in den besten Moment. Oh ja. Ich kann einfach ein bisschen weglaufen. Lenny, verfiss dich. Ja, der Hammer, der Morgenröte. Geil. Der geht auf. Komm. Ja, wo kannst du mal die Tür aufmachen? Ey. Läuft ein bisschen Planung durch die Gegend. Na ja, kann man ja auch mal machen. BAM. Das klingt jetzt einfach mal zu geil. BAM ist einfach so eine Dignitioner da einfach nicht. Das Spiel! Habe ich mit dem Helm runtergeballert? Ach ja, ich kann nicht. Warum nutze ich eigentlich das Ding? Wenn ich hier auch einfach richtig schön den haben wir in der Morgen heute wegfetzen können. Warum? Gut, dass das Spiel nicht brutal ist. Ich weiß nicht, jedes Jahr hat er sechs gemacht. Gut, das ab 18 ist auch so halbwegs noch ok. Er funktioniert nur im Freien. Und auch dann nur, wenn Satelliten darüber sind. Ihr habt einfach Glück gehabt. Äh? Ja! Wuh! Komm schon, Baby! Äh... Hat sich Kim gerade einmal mal stumpf war da vorne geportet? Das ist, das ist, äh, cool. Ja, jetzt kann ich das Ding auch schon wieder vergessen. Der drin natürlich kein freier Himmel ist. Wobei, ich behalte es lieber. Irgendeine Stelle gab's, wo ich da einen Kontrollpunkt laden musste. Weil ich das Ding weggeschmissen habe und eigentlich noch brauchte. Ja, das war sogar hier. Ich hab's noch nicht wieder geguckt. Die Seher sind so toll, weil sie sich nicht wehren können. Und BAM! Ja, komm, du auch, ne? Ja, komm, du auch, ne? Was die mal wollen, ey. Die wissen doch genau, dass die null Chance haben. Ich mein, ich bin Marcus Fenix, äh... Ich bin eh... Unbreakable und so. Die Locust überhaupt das Versuchen ist schon echt... Unglaublich. Los Männer, wir müssen Alpha holen! Ja. Formieren. Ach, wir müssen auf die andere Seite, na toll. Warum bin ich dann hier? Ja. So. Die Kinder machen wieder ganz hinter die Tür auf. Weil hier kann ich, glaube ich, den Hammer jetzt endgültig gleich weghauen. Äh, ja. Über die Treppe! Okay. Hier runter. Achso. Was ist das denn für ne Textur? Na gut, das kann doch nicht alles hin. Oh mein Gott. 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 Scheiße. Hahaha. Arsch. Das war, das war cool. War aber doch noch einer, Alter. Nein. Oh wie fail. Oh wie fail. Wir arbeiten. Oh wie fail. ... zu Alphas Position. Delta E24. Bitte wiederholen. Sind Sie bei Alpha? Ist der B frei? Ist der B frei? Ja. Negativ 2-4. Negativ. Stand by. Gehen Sie private. Hauptsache der Kriecher lebt noch. Obwohl ich schon, äh, hier... ... äh, hier... ... in die Nachricht bekomme, ob ich mich nicht mehr bewegen kann. Also nicht mehr schießen und immer so schlagen. Das ist echt bitter. So wie ich das Spiel kenne, läuft dann irgendwann so... ... in ein, zwei Stackpoints einfach mal hinter mich... ... und trifft mich genau in der Sekunde, wo ich fast tot bin und ich damit nicht rechne. So wie ich das Spiel kenne, könnte das gut sein. Das fände ich ja extrem lustig. Komm her. Nein, nein, lass sie umleben. Mann. Ja, ich... ... ich mag Gewalt halt. Ich, ähm... ... muss denen immer die Köpfe abtreten, wenn das geht. Oh, Leichen. Uh. Äh, ja. Jaa. Ich lese ja, Leute. Jaja. Bäh, ja. Jaa. Bäh, ja. ... was soll der Scheiß mit Hopmanns Operation und seinem Resonator. Es kartografiert das Tunnelsystem. So können wir das Herz, die Locust finden und vernichten es, na? Ich liebe die KI, wie geil. Wie dumm sie da gerade standen, oh Mann. Du wirst sterben. Und du auch. Oh, ich habe ja gar keine Schufe in den Fakt. Dann wirst du eben jetzt sterben. Oder auch nicht. Die Hauptsache, als ob sie es wissen. Ich nehme mir jetzt aber wegen endgültig. Oder auch nicht. Wow, falsche Seite. Oh mein fucking Gott. Ja, jetzt bin ich tot. Ja, jetzt bin ich wirklich tot. Mensch, 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 Mensch. Wo ist der Checkpoint? Ich weiß nicht, ob es sich überhaupt lohnt, nochmal anzufangen. Checkpoint. Ja, es lohnt sich durchaus. Das kann ich ja nicht auf mir sitzen lassen hier. Warrecke. Warrecke. Ja, genau das ist. Pistol-Headie? Kein Pistol-Headie. Doch, Pistol-Headie? Kein Pistol-Headie. Eben nicht, kein Pistol-Headie. Ich weiß nicht. Oh. Lachen zersägen. Ich mag es. Ich tunk, der wird zerfallen. Oh, scheiße. Du stirbst jetzt? Boah, dieser Hammer, ne? Der war nur so geil. Ich bin geheimt wie ein Riffenteil aus. Die packen ja hier schon richtig gern. Und nochmal. BAM! Ist ja gut. Ich sag, der reiht sich erstmal alles um. Ich höre Sie, Delta. Laut und laut. Alle Seher sich neutralisiert. Macht uns auf den Weg zu Alpha. Das ist großartig, Delta. Stand by für Alpha. Hier ist Alpha. Wo zum Henker steckt ihr? Wer? Du Scheiße, Mann! Wo warst du? Delta-Trupp ist im Haus der Souveräne. Over. Großartig. Wir werden von Troikas auf eurem Dach festgehalten. Verstanden. Bleibt ruhig. Wir schalten sie aus. Wir gehen nirgendwo hin, Sir. Delta out. Findet die Troikas. Oh, so ein Schussballerinnen. Wusste. Auch wieder so was tolles, wo die die Tür durchschweifen. Gibt ihnen mal was schönes... Willkommensgeschenk. Bumm. Nicht gut, nicht gut. Schlechte Idee, Olli. Ganz, ganz, ganz falsch. Boah. Ich bin jetzt noch froh, mein Gott. Jetzt! Nein! 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 Scheiße! Ich dachte ja, sonst hab ich überlebt das jetzt. Das war schon was... Ja, gut. Oh, meine Zeit ist ja schon vorbei. Feinden Sie sich! Das, äh... Ist, äh... Ja. Okay, das war... Welcher Teil war das denn jetzt schon? Ich glaub Teil... Ja, das war... Das war Part 4. Äh... Joa. Viel Spaß bei der nächsten Part. Tschau!